Ich habe das Beste aus einem schrecklichen Ereignis gemacht. Es ist schon spannend. Früher wurde man belächelt, weil die Prothese ein Nachteil ist. Ein richtiges Handicap-Hebel. Und heute springe ich so weit, wie jeder nichtbehinderte Weitsprinke. Und auf einmal wird die Prothese als Vorteil gelingen. Ich habe mir das Leben mit Prothese ja nie ausgesucht. Mein großes Ziel ist es nur, der beste Weitspringer zu werden. Aber wenn ich ehrlich bin, der große Traum dahinter ist, dass alle Athleten gemeinsam starten. Mit oder ohne Handicap. Und von mir aus auch gerne mit getrennter Wertung. Ich wünsche mir einen Wettkampf, bei dem nach Leistung bewertet wird. Und nicht nach Schicksal. Hi Leute, das war mein Neuwärts. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was euer Neuwärts ist. Auf jeden Fall checkt auch die anderen Videos von Lara, Jan, Valeska und Danny aus. Und abonniert hier unten den Kanal. Bis bald.